Ah! Ah! Ich weiß, dass ich alles reg' Mhm. Bier. Oh! Oh no! Ähm, ja? Jetzt sind wir in Russland. Die Teppiche sehen schon ziemlich danach aus. Ja. Hallo. Wen willst du antreffen? Leute, die Pferde zerreißen? Leute, die so schlafen? Ich will die nicht antreffen. Weißt du nicht, was mit dir ist? Aber ich glaube, du bist bekloppt. Okay. Ja. Okay. Sorry, ich hab mich verlaufen so ein bisschen. Hallo? Excuse-moi. Irgendwas fehlt. Dein Gehirn vielleicht? Warum gehst du da rein? Nope. Nothing. Do not enter. Warte. Du. Du. Enter. Du enter. Du enter. Du. Du enter. Okay. Sorry, ich wollte enter. Kenton. Wohin geht's da? Ich find schon, das sieht sehr einladend aus. Also, so Urlaub, Urlaub an diesem Ort fände ich eigentlich schon nicht schön. Ja, doch. Ja, doch. Guck, das ist eine schöne Toilette. Willst du ja aufmachen? Okay, schade. Schade, wir können hier nicht mal auf die Toilette gehen. Dabei war es ganz dringend. Hallo? Na, wenigstens beten sie. Ja? Was hat das hier verloren? Äh, ja, weiß nicht. Vielleicht haben hier Leute gewohnt. Ah, also. Ja. Das schöne Deko ist das. Also, ich würde es auch so machen. Toll. Toll. Verschlossen. Warum brauchen wir das jetzt? Hallo? Nicht schießen! Wer sind sie? Wer schickt sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst! Was ist los? Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe! Nein, wozu denn? Nehmen Sie die hier! Nehmen Sie! Was ist denn da draußen? Hey! Haben Sie gehört? Hey! Ah! Was zum... Oh shit! Ah! 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 Eine Leiche! Disgusting! Ah! Noch mehr! Ah! 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 Gottverdammte! Was für ein abgefucktes Dorf ist das! Ah! Ah! Oh, da lebt noch was. Eww! What? Oh. Tristell, ist es dir immer unter dem Kopf. Hast du dir kein Problem? Oh Gott, ja, ja. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Oh Gott. Oh Gott, ja. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott. Was zum Teufel? Und das bringt was. Familienfoto. Ach so. Wir haben ein Familienfoto dabei. Ich dachte gerade, das hängt da dran. Hallo? Ah. Okay. Bitte was? Ich habe doch gesagt, der ist wieder aufgestanden. Kannst du nur schlafen? Komm, wir gehen zum Schnuppische rein. Komm, wir gehen zum Schnuppen. Komm, wir gehen zum Schnuppen. Komm, wir gehen zum Schnuppen. Mein Junge. Ich will nicht mehr. Oh. Ja. Danke. Ess ich doch gleich mal. Hallo? Was soll ich damit? Damit? Äh. Ja. 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 Rostigerist. Ist das vorbei? Kommt zu mir. Zu Luisas Haus. Oben beim Acker. Überlebt? Hm, unsere Hand sieht ja echt gut aus, du. Oh. 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 No. Are you gonna touch me? No. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Are you serious right now? Verdammt. Hallo? Ich hab mich gerade erschrocken, sorry. Da. Ja. WRE bucket. Ich habe keine Position! Ich habe kein Ende! Wohin muss ich? Guys! Ah, fass mich nicht an! Warte! Mother! Oh, nooo! Deut sich rafft nicht wohin! Scheiße! Ich raff's gerade! Ich habe Angst! Oh! Oh! Nee! Scheiße! Scheiße! Wohin muss ich? Ich raff's nicht! Ich raff's nicht! Ich raff's nicht! Ich raff's nicht! Ich raff's nicht auf! Ich raff's nicht die Ich check leider nicht, wohin ich muss. Hagrid? Es tut mir leid. Halt! W-warten! W-warten! Im Leben wie im Tod reisen wir. Äh, hallo? Es ist gefährlich hier draußen. Was zum… Hey, hören Sie mich. Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment. Meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja. Sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein. Halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Ja. Moment. W-Groß. W-W-Tschicht. Tief. W-B-W-F-B-夜? W-W-Tschicht. W-W-E-S-W-E-N-L-D-E-W-T. Vielen Dank.